Ich glaube es soweit, herzlich willkommen, herzlich willkommen, für die Ampestag im Schein. Na, jetzt ist mein Schwester, putzt schon wieder. Rausbleiben. Ja, das kannst du halt denken, dass ich wegen deiner Putzerei draußen bleib. Na, dann gehört da dein Fuß auf dich. Ei, 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 ei. Also, scheiße, geil. Ja, ja. So. So, jetzt kannst du mir de Nasen auch gleich putzen, ne? Zeig die Schuhe aus, bevor es den Stuben reingeht. Ja, das kannst du halt denken. Also, sag das du und deiner Putzerei, ihr macht's mir mal so stocknarrisch. Ei, ihr zwei braucht's beißen. Du und dein Dreckbär auch. Gib mir mein Bratzeit. Die ist in der Küche draußen und nicht im frischputzten Zimmer. Einmal machst du mich so nahisch mit deiner Pritzerei. Das sagen kann ich dir so. Aber sauber soll's schon sein, gell? Hab ja nichts dagegen. Aber musst du das, kannst du das nicht machen, wenn ich nicht daheim bin, oder? Geh, dann bist du denn du mal nicht daheim. Ähm, kaum Mann, jetzt hab ich mal eine Stunde, wo ich in aller Ruhe putzen kann, da führt dich der Teufel schon wieder her. Dann geht's schon los mit deinem Schimpf-Bäuferndag. Nein, ich schimpf doch nicht. Nein, ich tue das Bäuferndag. Du, wenn du mal eine Frau hättest, mein Lieber, die würd auch tot unglücklich sein. Ja. Oder ihr müsst jetzt aufs Stelzendorfshaus, Lapper. Ja. Ja, genau. Und du, wenn's da einen Mann hättest, dann wärst du schon lang Witwe. Warum? Weil der Gesungene aus dem Lied von jener Wein, er wurde weggeputzt von dieser Welt, ja. Michl, bei dir ist es am gescheitesten, man lasst ja so, wie es bist. Jawohl, das war's gescheitest, du lasst mich so, wie ich bin. Mit dir ist Körhausen. Denk einmal an Langwieser von unserem Nachbardorf, wie gut der mit seiner Stiefschwester zusammenhaust. Ja, die putzt auch nicht den ganzen Tag, ne? Weil's einen Staubsauger hat. Bei dem ist nämlich alles elektrisch. Da werden sogar die Kühe elektrisch gemolken. Ja, Kunstig, der hat ja geerbt, ne? Vor 20 Jahren. Was war er denn da? Ein Kleinhäusler mit zwei verhungerte Kühe? Und jetzt ist er der größte und modernste Bauer. Ja. Warum? Weil er, weil er, weil er gehabt hat, ne? Da kann ja jeder Geld was werden. Du, der Langwieser war fleißig so lange gekänt. Ja. Der hätt das ganze Geld auch verpulvern können, aber nein, Grund für Grund hat er gekauft. Und heute steht er da wie kein Zweiter. Elektrisch. Und wenn ihn auch seinen Neider den elektrischen Hofbauer nennen, dann ist das gerade eine Ehre für ihn. Sag einmal, was hilfst denn du diesem Angeber da an? Weil mir das gefällt, wenn's ein Mensch zu was bringt. Ja, und elektrisch wird, gell? Und mit der Zeit geht. Ja, mit der Zeit geht. Ich will dir mal was sagen. Dein Maulwerk ist mir, wenn elektrisch wird. Das wär schön. Warum? Dann könnte ich's abstellen, wenn ich wollte. Von Breitwieser zum Langwieser. Da geht ja gar kein Weg hin. Jawohl, da hast du recht. Sag einmal, ihr wart doch mal gute Freunde. Was? Freunde waren wir noch nie. Das heißt, wir waren auch noch nie Feinde. Aber den Angeber kann ich genauso wenig leiden wie deine Putzerei. Pass einmal auf, ich hab noch nie gehört, dass der Langwieser hochmütig wär. Da haben wir schon ganz andere Brotzen bei uns in der Gegend. Sag mal, was hilfst du denn da an? Hilfst du mir gar nicht? Ich sag bloß, was wahr ist. Ja, ja. Seine Schwester, wenn er nicht hält, mein Lieber, tut er der Bess ausschauen. Gell? Gibst du das zu, dass eine Schwester oft besser ist wie eine Frau? Ja, schade, dass sie einen ledigen Buben hat. Warum? Ja, weil es mir gefallen, Dad. Hätt's halt ein bisschen früher dazu tun sollen. Ja, ja, du hast recht, ja. Aber mal, ich probier's halt einmal. Vielleicht nimmst du ja, gell? Eine Frau mit einem ledigen Kind, die muss ja froh sein, wenn sie überhaupt unter die Haube kommt. Hat mir einmal einer gesagt. So, wer denn? Ja, du, wenn mich das Unglück getroffen hat. Mein Michl, das vergiss ich dir nie. Das sag ich dir. Überhaupt im Gefühl, das Mädel, das geht deinem Weg. Rücken sind blödsinnig. Ich mag das Mädel genauso gern. Aber ärgern tut es mich halt allwein. Na, da siehst du, dass dabei arbeitet das Mädel wie eine Magd. Aber zu modern ist sie mir. Ja, mit deinen amerikanischen Hosen läuft die rum. Das macht doch nur mit Absicht, mit Fleiß. Ach, was ist das? Und sowas ärgern mich. Ist denn das, gehörst du nicht oder schützt du dich für ein Bauernmädel? Du, das sind die Zeiten heut, da können wir nimmer mitreden. Da lang ist eine Katja Buh, der geht auch mit Röhrlhosen, Pullover und spitzige Schuhe am Sonntag in die Kirche. Der Buh, mir seid mir gehören, mein Lieber. Den, 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 den tatt's schon vergehen. Du hast leicht reden. Du hast ja kein Kind. Na ja, Gott sei Dank, so weit hab ich mich nicht vergeben. Wie ich, willst du sagen, gell? Ein Breitwisser, seine Schwester, hat ein Ledigskind. Ja. Und wenn ein randständiger Kerl gewesen war, der Vater von deinem Kind, dann hätte er sich gemeldet. So oder so. Hättest du dich gemeldet? Ich schon, wenn ich den Charakter hab. Dann sei froh. Jetzt hör auf mit den alten Geschichten. Was krampft du denn über das alte Zeug raus? Geh zu. Lass mir mal Ruhe, ich lang für heute. Ich meine, komm. Sind wir wieder gut gekommen? Ich hab nicht angefangen. Ich weiß, ich hab nicht angefangen, aber jetzt sind wir wieder gut. Komm, jetzt kommen wir los. Jetzt steh ich schon wieder in den Busflug. Ich bin gesappelt, sie mit. Das darf doch nicht wahr sein. Was macht's denn blöd? Fußwachstum, das siehst du ja. Bist du schon da, Madl, ha? Mit dem Ochsenspann kommst du ja nicht weiter. Es pressiert er auch nicht. Geh. Der Langwieser-Check ist mit seinem Traktor genau drei Mal rausgefahren mit seinem Mist. Bis ich einmal draußen war. Hat der Langwieser jetzt Ross? Warum? Weil's dir gesagt, dass der Langwieser sein Check. Geh. Ich meine doch, der Langwieser könnte ihren Buben. Na, der heißt doch Jacke. Wir sagen Check. Check? Ja, Jackel ist so geschert. Was? Du, im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt. Mary, tu mal dein Tempo ein bisschen bremsen. Jetzt hast du nämlich gerade die Alpist-Pieglerkarte mit ihrem Stelzfuß überholt. Ja, nicht, dass du gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye, bye. Also. Nein, dann tu mal einen Fall und redet immer Französisch mit mir. Geh. Das ist doch Englisch. Für die vielleicht. Für mich ist Französisch. Weißt du, so ein bisschen rückständig sind wir schon in der Landwirtschaft. Wir sind die Einzigen, die nur mit den Ochsen und den Ross fahren. Na, bitte. Mit den Ochsen und den Ross, da kann man sich unterhalten, da kann man sprechen damit. Aber beim Motor, da muss man auch aufpassen. Geht. Aber schneller geht's. Und der Tag ist dreimal so lang. Na, mir pressiert's ja nicht. Ich hab ja auch Geld. Bloß nicht die, wo sie so schicken, die haben kann's. Ach, wenn wir auch nicht so modern sein, wollen wir der Langwieser. Aber einen Traktor könnte man schon zahlen. Einen Traktor? Ich kann vielleicht schon fahren damit. Was? Wer hat denn das beigebracht? Der Jacky. Der Jacky. Der Jacky. Nein. Der Jacky. Ja, der hat mir's gesagt und hat mich ein paar Mal fahren lassen. Das ist ganz leicht. Ja. Kommt gar nicht in Frage, dass ich die Sitten und Gebräuge bei mir abschaffe. Hast du nicht Hunger, Madl? Möchtest du nicht was essen? Einen Mordshunger habe. Also, ich gehe in die Küche, da findest du was. Ja, ich zurecht, Madl. Na, jetzt sag einmal selber, sind das Ansichten von einem Bauermadl? Ja, mei. Ja, mei. Und die Kette, sagt sie zu einem Jacken. Und mehrere. Und die Hosen, wenn ich schon sieh, die kann die Kleinarisch werden. Hat das noch mit den Bayerischen gebraucht, um was zu tun? Die Zeiten sind anders, die jungen Leute denken anders da drüber. Ach, was? Früher war's doch auch nicht anders. Freule, die Sännerinnen haben auch eine blaue Hose angehabt. Ja, die Sännerinnen. Ja. Oben auf der Alm. Freilich, Jäger sind auch raufgekommen. Ja. Und die Touristen. Die Touristen, die Touristen, die haben gelacht drüber. Und die Jäger haben gebolzt. Ja, die Jäger schon aber. Nur bei der Nacht, da hat die Sännerin keine Hose angehabt. Nein, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was, was studierst du denn? Ich weiß nicht, ob der Langwieser, Jackel und unsere Maria nicht miteinander ein bisserl passieren und sperren sollen. Geh, wie kommst du denn auf das? Was ich gerade gesagt hat, der Jackel hat dir gezeigt, wie man Traktor fährt. Na ja, da ist doch nichts dabei. Die werden nicht gleich unter dem Traktor reinkommen. Unter dem Traktor nicht, aber vielleicht unter dem Schegel. Ach so. Sag einmal. Ja, was heißt der? Beim Zeugen bleibt's meistens nicht, ne? Du weißt, das Mädel ist alt genug, die muss wissen, was sie zum Tor hat. Denk einmal drüber nach. 20 Jahre zurück, da warst du genauso alt. Hast du gewusst, was du tust, ne? Fangst du schon wieder an mit der Butterbrot-Schmiererei? Das ist ja wahr, ja. Ich schimpfe nicht, ich mich ärgerst ja bloß, ne? Die ganze Angelegenheit. Du weißt schon, du kannst da nur sagen. Guten Abend. Grüß dich. Ja, der Lenz ja grüß dich. Lenz, was brauchst du? Was ist denn los? Du hast Fischsatz, dass du mir ausgehangen hast. Das ist schweig, schauig. Geil, schauig. Wie geht's dir denn, he? Nein, per Bett. Wie sagen kann es, wenn man das ganze Jahr unter die Schafe ist, nicht? Hast du keine Ansprache, gell? Ja, aber Zeit zum Denken, und das ist langweilig. Weißt, wenn einer Zeit hat zum Denken, das ist eine Strafgottes. Ich sag dir was, per Bett. Da kommst du auf Gedanken, wo ein anderer, der, wo nicht Zeit hat zum Denken, gar nicht denkt. An was denkst du jetzt da zum Beispiel? An alles, was du nur denken kannst. An die denken zum Beispiel auch oft. Und an den Bruder. Geh, da gibt's doch nichts zum Denken. Ja, sag das nicht. Da gibt's sogar einiges zu denken. Du machst mich direkt neugierig. Schau, du bist doch noch eine begehrenswerte Person. Geh, hör auf. Ja, und der Bruder ist auch noch ein Stammensmannsbild. Dann denk ich mir oft, Herrgott, sag grad dich. Bei denen zwei, da müsst ihr doch noch was rühren. Sag mal, wäre nicht die auch lieber, du hättest statt einem Bruder einen Mann und ein Bruder statt eine Schwester eine Frau? Nein, ich hab die Nasen voll. Jetzt sei es, nein, wegen dem ledigen Kind. Einmal ist keinmal und zweimal ist erst einmal. Also weißt du aus den Ansichten. Lenz, sag einmal, hättest mich jetzt du geheiratet mitsamt meinem ledigen Kind. Oh nein, mit meinem Schäferkarren, mit Kochnischen wirst du ja auch nicht gerade zufrieden sein, oder? Nein, gewiss nicht. Na also, siehst du, darum denk ich mir das alles. Das kostet nichts und tut keinem Menschen weh. Aber als unbeweibter Bruder und als unbemannte Schwester miteinander hausen, das ist auf Dauer Fahrt. Da fangst du dann leicht einmal zum Sticheln und Benzen an und kannst dir zum Schluss nicht einmal einen Verliertsversöhnungsbus angeben, nicht weil dir das gesetzlich nicht erlaubt ist. Ja, aber da gibt es schon noch einen, der so miteinander hausen. So? Der Langwieser und seine Schwester. Ja, das weiß ich schon, aber bei denen wird es das Gleiche sein. Sag einmal, weißt du verheiratet, dass du das so genau weißt? 25 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Was? In meine Gedanken, verstehst du? Du, gerade letzte Woche habe ich eine Silberhochzeit gehabt. Ja, ja, in meine Gedanken, ne? Ja, was glaubst du, wie schön so eine Gedankenehe ist? Ich lasse mich scheiden, wenn ich mag. Such mir wieder neue. Lauter Junge und lauter Schöne und nicht eine sagt, nein. Ja, ja, ich. Was bitte, ich baue mir ein Luftschloss nach dem anderen. Ich bin der perfekte Luftschlossarchitekt. Bis zum Beneiden. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Beneiden brauchst du mich doch nicht. Wenn du das ganze Jahr unter die Schafe bist und kommst dann nachher selber vor wie so ein verlassenes Schaf. Ja, nein, nein. Schau, Mensch, da hast du ja viel gescheit. Ja, da werden sich gefreut, meine Schafe, nicht? Und Schlecken, wie die Websen am Honig herfällt, ja? Ja, ja, so ist das Leben. Die eine, die Schlecken am Honig und schimpfen, dass es bitter ist und die anderen Schlecken am Salz und freuen sich, dass es süß ist. Hoi, 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 hoi. Heint recht aber, wer Pfarrer. Ja, das ist, weil ich nie Gedanken los bin. Das ist also schon sexy. Um halb ist sie mir bei Versammlung vom Frauenbund. Da muss sie mich schicken. Du, das Nachtessen macht doch Maria. Heint, 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 heint. Na, wie geht's dir denn mit deinen Schaf, he? Ja, da feiht sich nichts. Ja, geil. Wie war die Schafschule heuer? Erstklassig, erstklassig wurde. Ja, da wirst du den ganzen Winter was zum Spinnen haben. Ja, hast recht. Wie viele Schaf hast du denn jetzt eigentlich? Wie viel? Ja. Ja, 121. Ja, 60 von dir und 61 vom Langwieser. Dass es dir immer eins mehr haben muss. Ja, der hat ja genügend Platz, neid? Ja? Ja, ja. Diesmal lasse ich meinen Schafstall ausbauen, damit 100 Schafe mehr Platz drin haben. Recht hast, recht hast. Heint, wie sie nur nicht lagen lassen, neid? Ja, ja. Der Langwieser hat den Zähnen auch schon vergrößert auf 150 Schaf. Bursch? Ja, ja. Ja, schau mal, kann man den überhaupt nicht übertrumpfen? Nicht leicht. Wer macht er denn das, sag einmal? Alles elektrisch und mit seiner Schwester. Ja, da, die ist ja Bäuerin, he? Ja. Ja, ich glaub, wenn die einen Ochsen mögen, dann gibt die auch noch eine Mille. Ja, ja. Ja, da, wenn die immer heiraten würden, dann würde er sich umschauen, der Langwieser. So, meinst du mal, wieso? Denkt die, kann die an's heiraten? Ob sie dran denkt, das weiß ich nicht. Aber dass sie sich denkt, wie schön das das wäre, wenn sie verheiratet wäre, das, das weiß ich gewiss. Woher? Das sind meine unfehlbaren Gedanken. Aha. Ja, ja. Aber eine Frau wie die Katte, neid? Da brauchst du gar kein Hirn zum Denken. Ja, sehr richtig. Mein Lieber, da würde er sich anschauen, da würde ihm der Dampf eingehen, dem Herrn Neureich, dem Herrn Langwieser. Ja, aber sonst ist er, sonst ist er nicht uneben. Und die Katte auch, du, die lässt frei auf die nix kommen. Ja, schwaal. Nein, gerade, gerade Neili hat sie erst gesagt, mei, hat sie gesagt, wie sie der Breitwieser nur so abblagen mag. Nicht eine Maschine hat er im Haus, alles macht er noch mit der Hand. Außer der Nehmaschine. Ja, bist du gemerkt. Die Katte. Aber einmal stich ihn noch aus, das weiß ich ganz bestimmt. Und das ist, wenn... Hey, schlafst du, heim? Nein, 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 nein. Ich denke noch gerade über was nach. Ja? Ja, Breitwieser, ich muss jetzt wieder zu meine Schafe, weißt du? Mitten unter die Schafe, da denkt sie es am leichtesten. Und ich muss jetzt scharf nachdenken. Ja, vielleicht wird es was draus. Also, pfüte Guterei, und Dankeschön, gell? Ja, pfüte Linsch. Ein sonderbarer Heiliger ist das Schuppen, aber... Das Essen war gericht. Ja, gut ist, danke. Äh, die Maria. Was ist? Äh, ja, ja, ich schau wieder malen. Ja, dann ist bestimmt nix Gescheites. Herein. Alles gut? Ach, der Lammwieser. Grüß dich gut. Grüß Gott, Maria. Oder Mary. Das heißt Lübert. Wer sagt denn das? Unser Jacky. Sieg ich dich endlich einmal von der Nähe? Zauber hat die rausgewachsen. Aber die Hosen, die gefällt mir nicht besonders. Warum nicht? Zauberer Sachen soll man verstecken, verbergen. Und du hast einmal saubere Sachen. Und wenn da drüber noch ein schönes Dirndl gewandt, wäre nachher was noch schöner. Du redest gerade so wie mein Onkel. Dem gefällt es nämlich auch nicht. Aber warum eigentlich? Die Sännerinnen haben doch früher auch Hosen dran. Da hast du wieder recht. Und die waren nicht alle so schön gewachsen wie du. Geh. Aber deiner Mutter schaust du nicht endlich. Die sagt immer, ich schaue beim Vater gleich. Muss ein sauberer Bursch gewesen sein. Jetzt kann ich so manches begreifen und verzeihen. Was willst du denn da verzeihen? Das verstehst du nicht, der kleine Spatz. Aber ich bin ja nicht dahergekommen, damit ich mit dir schmuss. Wo ist denn der Bauer? Der ist gerade. Soll ich ihn holen? Ja, sei also gut. Dann setz dich dabei hinlaufen, wie sie. Und für dich geht. Wir werden uns ja nicht mehr sehen. Heut nicht mehr. Für dich. Für dich. Ja, so ein Mädel wäre so freut, wie mein Vater wäre. So, traust dich du auch wieder mal zu mir rein? Was heißt da trauen? Ja, Kosti, du hast halt dein Gewehr dabei, ne? So gefährlich bist du auch wieder nicht. Ich war auf der Jagd, hab einen Bock geschossen. Ja, du hast schon mehr Pöckel in deinem Leben geschossen. Aber die Menschen sind tot und die dein Leben noch. Da bist du mir über. Geh, du nicht wieder zum Spöckel anfangen, gell? Hast du Zeit? Zeit? So viel Zeit, dass ich's tot schlagen könnte. So viel Zeit habe ich. Das hört man gern. Ja. Sauber. Vorbildlich sauber hast du deinen Hof beieinander. Ja, ja. Alles Handarbeit. Nichts elektrisch. Ja, ja, die Papette. So was Sauers wirst du leicht nimmer finden. So sauber ist die Papette auch wieder nicht. Ja, ich meine ja reinlich. Das macht ja so schnell keine Nacht. Außer deine Schwester, die Katte. Der hast du sehr viel zu verdanken. Aber so sauber wird deine Papette, ist sie doch nicht. Das gefällt mir grad so. Lieber zehn Karte wie eine Papette. Und ich denk mir das Gleiche, nur umkehrt. Nun, da sind wir uns ja wieder einig. Ja. Ja. Also, wenn du zu mir kommen tätst, dann tät ich einen Liter Wein auf den Tisch hinstellen. Dann gehst du jetzt heim und ich komm nach. Aber ich komm nicht. Nicht um eine Fassel. Dann müssen wir es doch ausmachen. Was haben wir jetzt zwei zum Ausmachen? Eine verliebte Geschichte. Wann? Schick dich die Katte? Ja, die schickt mir. Nein, das ist was anderes. Nicht, dass die Leute sagen, ich wär ein neidiger Kerl. Ja, das wissen sie so auch alle. Ich tue nicht so wieder spetteln, das mag ich nicht. Ich spettel dich nicht. Also. Also, was will die Katte von mir? Also. Prost. Prost. Ich rede nicht lange um einander und sag's gerade außer, wie es ist. Es handelt sich um unseren Jacky. Jacke. Jacky. Und um eure Maria. Mary. Ja, Mary. Jawohl, Mary. Wenn wir auch nicht elektrisch sind, dafür sind wir französisch. Englisch. Französisch und da sind wir da rüber. Prost. Prost. Also, ich rede nicht lange um einander und sag's gerade raus. Ja? Die zwei haben ein Gespuse miteinander. So, dann sind wir ja so weit, ne? Ja, das ist ganz natürlich. Hm? Jung sind sie, blitz sauber sind sie und da hab ich mir gedacht. Redest einmal mit dem Breitwisser, Michi, bevor er es von Andritz hören kriegt. Vielleicht könntest du, dass die zwei in Paar werden. Hast du dir gedacht? Ich schon, ich sag, wie er mir es denkt. Jetzt kommst du dir denken. Ich weiß doch, ich glaube, dass ich unsere Maria einen Klarhäusl gibt, oder? Das hat mir noch keiner gesagt. Darum sag das ich. Man hofft halt den deinen nix nach. Wie viel Tagwerk hast du denn da, Schnapper da? Ja, 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 ja. Ich hab 94 ohne Wald. Ja, und ich hab 97 ohne Wald. Und wie viele Kühe hast du denn? 45 Kühe und zwei Achsen. Ja, und ich hab 45 Kühe und vier Ochsen. Also bin ich dir am Zweifel raus. Wofür bist du in der Schulzwärme hocken geblieben? Und du nicht, da bin ich dir über. Naja, du nicht mit der Spätl. Spätl nicht, man red der Blas. Naja, außerdem können die zwei gar nicht heiraten, weil keiner von denen zwei Geld hat. Oha, unser Jaakl. Zäcki, ja, wohl, Zäcki. Die kriegt von mir ein schönes Heiratsgut. Und von seiner Mutter auch. Ja, und unsere Maria? Mary. Jawohl, Mary, ja. Die kriegt von ihrer Mutter ein schönes Heiratsgut und von mir auch. Also, da sind wir uns ja einig. Einig, da sind wir uns nicht. Und du wirst ja nicht glauben, dass ich unsere Maria, die ich aufgezogen hab, wie meine eigene Tochter, einen Mann gib, der am Sonntag mit einer Reelhose und einem Pullover umeinander läuft wie ein Affe. Der, was ich Zäcki nennen lässt, statt Jacke. Der, wo nicht einmal eine Missgabe in die Hand nimmer gehabt, vom Bauerndum überhaupt keine Ahnung hat, weil er elektrisch aufgezogen wurde. Der Bauer muss ja nicht mehr leben. Der kann da was erleben. Siegst du das ein? Jawohl, das seh ich ein. Eben. Prost. Prost. Wenn ich mir das so überleg, was du da grad gesagt hast, dann muss ich dir vollkommen recht geben. Echt? Ja, glaubst denn du, ich lass unseren Buben, den ich aufgezogen hab, bei meinem eigenen Sohn, einen heiraten, die den ganzen Tag mit der Hose umeinander rennt und sich mehrere Hosen lässt anstatt Maria und nicht einmal kochen kann und keinen elektrischen Lichtschalter kennt, weil's so weit hinterm Mund aufgezogen worden ist, dass heut noch gar nicht stark kommt. Mein Lieber, das, wenn meine Tochter wär, der würd das schon zeigen, wie sich ein Bauermädl anzieht. Siegst du das ein? Jawohl, das seh ich ein. Weißt du, was du bist? Wenn's mir sagst, dann weiß es. Ein ganz hinterfotziger Teufel. Dasselbe wollt ich dir auch sagen. Dann sind wir uns ja wieder einig. In dem Punkt schon. Prost. Schaut um deinen Jacke. Wäre richtig ein Sau und ein Bauernbursch, will sie's gehören, ne? Ewig. Schaut um den Maria. Das war eine Bäuerin, dass unser Herrgott eine Freude hat. Ja, ja. Ja, ja, die Katte. Ja, ja, die Papette. Ja, ja. Und dass du nicht rumschreien kannst, unsere Maria kann nicht kochen und kein keinen Lichtschalter, werde ich sie morgen auf die landwirtschaftliche Haushalt und Schule schicken. Hast du das gehört? Ich bin ja nicht taub. Und damit du nicht um einander schreien kannst. Unser Bub ist zu blöd, dass er eine Missgabe in die Hand nimmt. Von der Bauernarbeit versteht er sowieso nichts. Schick ich den Buben morgen auf meine Kosten auf die landwirtschaftliche Schule. Schick ich den Buben auf die Schule. Hast du das gehört? Nein, ich bin ja nicht taub. Prost. 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 Ja, Nükel, pass einmal auf. Du schickst den Buben auf die Schule. Wir schicken das Marl auf die Schule. Da sind die zwei ein ganzes Jahr getrennt und ... Die Liebschaft ist aus. Sehr richtig. Und dass du es weißt, morgen Mittagszug fährt die Maria los. Und mein Buben im ersten Zug in der Früh. Na, also dann haben wir ja ausgeregt. Jawoll. In alter Freundschaft. Jawoll. Auf ewige Zeiten. Wie siehst du nimmer in deiner Kaloppe? Du wirst nicht glauben, dass ich auf einen Besuch neugierig bin von einem elektrischen Hofbauer. Vierte Gotto, Hintermundbauer. Nein, gib doch keine Hand. Hast du Angst, dass elektrisiert mich? Prost! So hinterfährt sich der Teil wie du. Aber mein Schnaps, den hat er gesoffen. Du sag einmal. Was? Mir war jetzt grad, als hätte ich ein Langwisser aus unserem Haus gesehen. Jawoll, du hast ihn richtig gesehen. Ja, was hat denn der wollen? Auge ihm hat er wie ein Stein voll offen. Der Langwisser kippt nicht an. Der war selber Kleinhäusler. Der weiß, wie das ist, wenn man von oben herab behandelt wird. Ja, aber der speichelt hat er wieder die ganze Zeit. Ehrlich? Warum? Und warum? Da braucht er Fragen. Jetzt ist er soweit, ne? Die Mähre und der Zeke. Jawoll, das mag's nicht deutlicher werden. Erwischt hat er die zwei beim Posieren, ne? Und jetzt hat er gemeint, es wär in seinem Sinne, wenn die zwei ein Paar werden. Aha. Nürgen, ne? Aber dann hab ich ihm meine Meinung gesagt. Das wär doch nicht so schlimm, wenn die zwei heiraten würden. Muss man. Ich hab's ihm. Du wärst nicht glauben, dass ich unsere Maria auch einen geb, der nicht einmal eine Missgabe in die Hand nehmen kann. Hä? Und? Was hat er gesagt? Dann hat er gesagt, da muss ich dir recht geben. Ich geb unserem Buben auch keine Frau, die nicht einmal kochen kann. Die mit einer Real-Hose rumläuft. Die nicht einmal einen Lichtschalter kennt. Jawoll. Und da? Da? Da bin ich sauer geworden. Ja? Ja. Dann hab ich gesagt, weißt du was? Ich schicke unsere Maria morgen auf die Landwirtschaftliche Haushalt und Schule. Dann sind die zwei getrennt und die Busiererei hat ein Ende. Morgen schon? Ja. Denk halt einmal nach. Wir brauchen doch das Mädel. Wir haben eh nicht genug Hände. Was hat ein Hände? Dann kauf ich, wenn's sein muss, kauf ich einen Traktor. Ja. Und dann spannst du den Ochsen davor, weil du kannst den Traktor fahren und ich auch nicht. Nein, da wird sich auch ein Ausweg finden. Du hab ich da als Mutter vielleicht auch was zu sagen. Jetzt denk doch einmal zurück. Was sollst du denn mit? An dein verpuschtes Leben, oder? Ja, wo soll's denn hin? Nach München. Oh Gott, so eine Großstadt. Was heißt Großstadt? Da wohnen sie bei unserer Basel und da ist sie gut aufgehoben und in besserer Aufsicht als wir bei uns da, ne? Na ja, in Gott's Namen. Ja? Jetzt mal schauen, was die Mädel dazu sagt. Mann, hol's gleich einmal rein, dann werden wir sie gleich schmackhaft machen, ne? Ja. Maria? Maria? Ja, Mama? Guck mal. Ja. Was ist denn? Na komm mal her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottl, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt das? Na, den kennst du nicht. Das ist denn wieder. Was ist denn? Sag einmal, kannst du kochen? Ja, nicht angefühlt. Kartoffeln und einen Kaffee halt. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Stall und am Feld draußen sein muss. Na, ich mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich's halt lernen. Eben. Und darum hab ich beschlossen. Was hab ich denn beschlossen? Das musst du ja du wissen. Das hast ja du beschlossen. Ach so, ja. Und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die Landwirtschaft, wissenschaftliche Haushalt und Schule. Na. Magl, wir meinen es doch bloß gut. Ja. Ich kann das Kochen auch woanders lernen. Und bei uns in der Nähe. In München ist's viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen. Da bist du gut aufgekommen und auf sich. Aber geh, die Hirschberger Zinzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn gelernt. Das ist mir ganz egal, was die Hirschberger Zinzi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was. Da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstang. Den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin. Und dann kannst du modern aufkochen. Und willst du mal heuerst? Heuerst doch du einen modernen Bau, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Ho, 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 ho. Dass der Langwiese sagen kann, ich hab ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr? Ja, ihr seid's gut. Da würd ich ein ganz Jahr lang mein... Was würdest du ein ganz Jahr lang? Mein... Mein... Stoi und meine Kühe und Ochsen nimmer sehen. Das macht nichts. Aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen. Und das tust du dann. Dann den ganzen Kruch muss rüberziehen bis nach Aufhausen. Damit der Langwiese die Nasen aufzieht und die Ohren anlegt. Da sind wir endlich mal über. Kann das nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen hast, das sind deine Koffer zu packen. Sonst gar nichts. Alles andere haben wir bereits erledigt. Nein, ich kann nicht. Und ich mag auch nicht. Bitteschön, mach uns keinen Verdruss. Ich möcht ja's kochen lernen. Aber bei uns in der Nähe. Und nicht zu weit weg. Ich weiß was. Wir gehen raus und lassen wir's allein. Jawohl. Vielleicht kommt's zur Vernunft, wenn's überlegt. Statt dir nach. Hey. Maria. Denk an die moderne Bayerin. Ja. Ja. Was mach ich denn nur? Mein Gott, wenn ich nur den Jacky verständigen könnte. Da muss doch einen Ausweg gehen. Man kann doch nicht einen Menschen so Knall und Fall in die Weide Weiden ausschicken. Bis nach München. Mary. Ist die Luft rein? Jesus, Jacky. Gut, dass du da bist. Weißt du, aber wenn du jemanden siehst, du weißt doch, wie gefährlich das ist. Ja, schon. Aber ich warte schon eine halbe Stunde da draußen, dass ich dich zum Sehen krieg. Ich muss dir ganz was Wichtiges sagen. Gottes, wenn ist ein Unglück passiert. Noch nicht. Aber es passiert. Jetzt gibst du mir noch ein Bussl. Weil lang wirst du jetzt keins mehr kriegen von mir. Ja. Du von mir auch nicht. Warum? Weißt das du schon? Was soll ich denn wissen? Na ja, mein Vater hat's mir zuerst gerade erzählt, dass ich für ein ganzes Jahr fort muss von da. Was, du auch? Warum werde ich noch? Ja, ich? Wohin? Auf die Landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Bis nach München. Das ist ja wunderbar. Sag einmal, das freut dich. Ja und wir? Jacky, das ist aber gemein. Nein, das ist nicht gemein. Mädel, das ist wirklich wunderbar. Ich muss nämlich auch nach München in die Landwirtschaftliche Schule. Nein. Ja, Jacky. Du, da können wir jeden Tag beieinander sein und brauchen nicht Obacht geben, dass uns jemand begegnet. Jacky, das ist ja wunderbar. Du, ich hab gar nicht gewusst, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Aber sag einmal, wo kann ich dich denn da finden in der großen Stadt? Ähm, hast du da Papier an? Bleistift? Ja, warte einmal. Ja, hab schon was. Wunderbar. Bleistift, woher? Dann schreibst du jetzt meine Adresse an. Ja. Das ist Anna Breitwiese. Anna Breitwiese. Klenzestraße 9. Klenzestraße 9. München. München. Das ist ein Basel von meinem Onkel und da wohne ich. Ha, das ist schon recht. Also dann pack ich's wieder. Meri, Gute Nacht. Gute Nacht. Jacky. Für dich gut. Und übermorgen sehen wir uns in der schönsten Stadt der Welt. Für dich. Für dich, Jacky. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, kommst du rein? Ja. Ja. Ja, Madl. Was? Du bist doch noch auf. Mange der Früh musst du bald aufstehen. Ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Was? Hast du es jetzt überlegt? Was gibt's denn da noch zum Überlegen? Selbstverständlich fahre ich nach München. Ja. 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 Und lernen tue ich alles, was man für den Ehestand, für den Hausstand zu brauchen. Siehst du, als meinst du ja doch bloß gut? Ja, das habe ich jetzt erfahren. Eben. Ja. Erfahren? Von wem? Von mir selber. Ja, wie ich da jetzt gerade so gesessen bin und mit mir zum Rad gegangen bin. Ach so. Jetzt pass auf, ich habe da Taschen hergekriegt. Ah ja. Ein bisschen was ist schon drinnen. So ein Verzahnbürstchen. Und den wirst du selber noch reinpacken. Genau. Und von mir kriegst du ein gut riechendes Wasser. Das ist ein Rasierwasser von Weihnachten, wie von deiner Mutter drin. Ja. Dann tust du dich einreiben, damit du in der Schule gut riechst, gell? Das kann ich gut brauchen. Ja, heute nachher. Dankeschön. So, Madl, jetzt. Du hast schön schlafen, deine letzte Nacht daheim, gell? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, dann. Hoffentlich kann ich ein Auge zumachen vor lauter Freude. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, die Sorge, wann wir los. Na ja. Es freut sich keiner mehr wie ich. Ja! Da freut sich anscheinend noch einer. Ja. Jetzt bin ich neugierig, ob sie kommt. Eine Zeit nach müsste sie ja schon übers Feld gehen. Wenn sie sich's nur nicht wieder anders überlegt hat. Teufel, Teufel. Dann wär mein ganzes Denken um ein sonst gewesen. So lehnt's da schon her. Da hast jetzt einen Kaffee und hast eine Nudel. Danke schön. Und da hab ich da noch eine Nudel eingepackt zum Mitnehmen, gell? Ja, ganz gut. Danke. Und der, der Bauer wird auch gleich da sein. Unterhalten wir uns heut dabei. Ja, gern. Bist du heut zum Unterhalten gekommen? Na, heut komm ich in ne besonderen Mission, wie's in der Politik heißt. Ja. Ähm, wir ein Missionar. Ja, so kann man auch sagen. Ich muss heut auf höhere Anordnung Leute bekehren, die sich nicht belehren lassen. Ah. Ähm, vielleicht so wie, wie ein Bibelforscher. Nein, Zilli. Mit dem Denken tust dich du manchmal auch ein bisschen hart, gell? Nein, nicht manchmal. Immer. Aber mit der Bibel, da hast du gar nicht mehr so unrecht. Ja? Mir ist nämlich am Freitag ein Enkel erschienen. Du, wenn der Freitag ein Dreizehnter war, dann ist schlecht. Freitag der Dreizehnter ist immer schlecht. Ja, pass auf, dieser dreizehnter Enkel hat zu mir gesagt, Lenz hat er gesagt, du musst jetzt zum Denken anfangen, in einer Geschichte, die sich vor 20 Jahren abgespielt hat. Und da kannst du ein gutes Werk vollbringen, hat er gesagt. Ja? Mhm. Ein gutes Werk bei unseren Bauern. Das kannst du sparen. Der ist reich genug. Mein Madl. Weißt du, es gibt Leute, da stimmt das Sprichwort, reich im Beutel, arm im Herzen. Ja? Also, das kann ich mir nicht denken. Ja. Im Denken warst du das ganze Jahr arbeitslos. Da, schau her, Lenz da, da kommt jetzt der Bauerngeier. Da, ich komm mal zu dir auf, auf deine Schafweide, ja? Ja, schon, aber im Moment, da krieg ich nicht ein Schaf mehr auf meiner Pferche unter, weißt? Ja, ich komm, ich komm ja nicht zu die Schaf, ich komm doch zu dir. Ach so, ja, ja. Ja, dann brauchst du keine Angst haben, Lenz, ich bring schon was mit, Brotzeit und was zum Trinken, gell? Ist schon recht, Zilli. Da mein ich, ist besser, wenn ich meine Schafe ins Ausland treib. Ja, der Lenz, ja, ja, was tust denn du, was ist denn los, dass du halt da bist? Ja, was soll los sein? Ja, das ist Sonntag und da haben meine Schafe keinen Ausgang. Ach so, bist du schon lange da? Nein, nein, auf den Kaffee und eine Nudel, ne? Ja, gehst du auf die Jagd. Wieso? Na, weilst du einen Feldstecher um hast, ne? Ach so? Na ja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja. Aber, Breitwisser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in den letzten Tag geworden bin. Ja? Was hat denn der gekost? Ja, nicht viel, ne? Ja, gar nichts. Den, den hat mir der Langwieser verehrt. Na. Ja. Der gibt's aber nach oben. Ja, ja, der hat sich, der hat sich ein neues Jahrglas gehabt. So? Na ja. Du glaubst ja nicht, was du da durch alles ziehst. Ist wahr? Ja. Du, das ziehst du alles zum Greifen nah her. Ja? Mhm. Ja, da brauchst du ein Rehbuch, brauchst nicht mehr da schießen, den kannst du mit dem Stecken da schlagen. Okay. Genau. Ja. Okay, 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 okay. Wenn du's sagst, komm. Machst du schon, pass auf. Warte, ich stell dir das hin. Ja. 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 Gott sei Dank, sie kommt. Wer kommt? Wer kommt? Die Landschaft. Die Landschaft kommt immer näher, ja. Warte mal sehen. Ja, wer klirrt denn da am Marderl? Was? Warte mal. Ui, das ist ja die Langwieserkarte. Haha, die kenn ich gleich von hinten. Ja, ja. Frum ist sie mir so bekannt, Frau Bauer. Die schaut von hinten auch mal aus wie ein Junge. Wie sollst du jetzt mal von vorne anschauen? Ja. Da ist sie noch gar nicht geboren, so ein Junges. 20 Jahre hab ich's nur von der Weiten gesehen. Ja. Ja. Und das Marderl ist so weit weg und sie ist so nah da, dass es gleich mit der Hand greifen könnte. Ja, ja, ja. Tun wir das Glas wieder her, ne? Ja. Dann passen wir's ganz her, siehst du. Ja. Das wär dir doch nicht recht. Was? Wenn die auch mal vor dir stehen. Was heißt doch nicht recht, ha? Ich mein ja nur. Na, will er's ja mal schenken. Na, du, die dicke Tassel, die auf dem Weg zu unserem Dorf kommt, die. Die wird in die Kirche gehen. Die Kirchen auch draußen drüben. Die gibt's doch auch Kirchen, oder? Aber in die gleiche Kirche, das ist genau so fad. Wie jeden Tag ein Schweiners mit Kraut. Ja schon, da hast du auch recht. Ja, ja. Du, wo ist denn deine Schwester überhaupt? Meine Schwester? Die sind in der Holzhütten, die staubt die Holzscheitel ab. Ja, okay. Heut am Sonntag? Meine Schwester kann keinen Pfauertag beim Putzen. Ja. Die wird schon auch in die Kirche gegangen sein. Das kann auch möglich sein. Ja, da hast du recht. Die geht tatsächlich auf die Kirche zu. Ja, ja, ja. Jetzt ist sie ganz nah da. Du bist so weit weg. Ja, weit ist er. Ich geh mal schnell in die Kirche, gell? Was? Hast du das in die Kirche? Ja. Du wirst doch wegen der Kati nicht in die Kirche gehen. Schatz, Lecker. Der Kati geht in die Kirche, weil es der Brauch ist. Wenn sie in die Kirche gehen, dann verhagelst du mir den ganzen Hafer. Ja. Was sagst du? Du, nein, ich mein nur, du kannst doch so nicht in die Kirche gehen. Warum denn? Du musst ja mal ein bissel rasieren. Der Herrgott schaut nicht all, ob er rasiert ist, oder? Ja, Gott nicht, aber Kati. Ach so, meinst du? Wie gehst du schon wieder? Ja, freilich. Ich hab nicht ganz geschafft, aber was soll ich noch da, gell? Erzähl mir heut noch ein paar Geschichten. Fast der Bauer geht auch grad weg. Und jetzt wären wir ganz allein, Lenz. Ja. Aber du, ich hab heut schon so viele Geschichten erzählt, gell? Ja. Ich bin schon ganz müde. Aber Lenz, das würd mich so interessieren, wie das ist mit der Mission und dem guten Werk. Ja, schon, Zilli, aber das kann ich dir heut nimmer sagen. Morgen? Weißt was dann? Dann komm ich einfach morgen zu dir auf deine Schafweide. Ja, wo schaffst du morgen? Morgen? Ja? Morgen bin ich im Ausland. Im Ausland? Was? Ist das in der Nähe von Aufhausen, weil dann radl die mit dem Radl schnell rüber. Nein, nein, nein. Außerdem morgen nimmts. Okay. Und wenn. Das macht doch nix. Wir setzen uns einfach in deinen Schäferkorn. Nein, du, das geht nicht. Nein? Nein, das geht nicht, weil da ist der Hund drin. Ja, ja, und der hat Masern. Was? Die sind ansteckend, ne? Ach so. Ja, wo schlafst du nachher, du? Ja, ich schlaf in der Hundshütte, ne? Bis der Hund wieder arbeitsfähig ist. Aber dann wird's schon wieder Platz tauschen, gell? Dann können wir wieder tauschen, Silly. Aber wer's sein, Lenz, morgen regnet es bestimmt nicht. Silly! Ja, ich komm schon. Lenz, wer's sein, morgen scheint die Sonne. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich von dem Mantel denken soll. Nein. Herein. Ah. Grüß dich gut. Gott sei Dank, dass du da bist. Ja, aber nimmer lang, du. Ich bin schon auf dem Weg. Ich muss in die Kirche, weißt du. Wie geht's ihm denn? Ja, ganz gut. Er befindet sich auf dem besten Weg der Besserung. Nein. Also, ich muss gehen. Viertig gut dabei, gell? Viertig gut. Mein Gott. Herzklopfen hab ich. Aha. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer und seine Kammer. Dann gehst du es nachzuhören, bringst ihm die Flaschen Wein, sagst ihm viele Grüße von mir und ich wünsch ihm gute Besserung. Aha. Und wenn's ihm recht ist, dann komm ich nachzuhören. Am helllichachten, da geht die zum Bauer in die Kammer. Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ach, das ist nicht wichtig. Das sieht er dann schon, wenn ich komme. So. Mhm. So ein unkeusches Wein. Es ist gescheiter. Ich geh doch wieder. Aber der Lenzer hat gesagt, er ist herzkrank. Und da kann leicht was passieren. Nein, es ist doch gescheiter. Ich geh wieder. Ja, Kathi. Herr Meschel. Ja, hier ist sowas. Ja, hier ist sowas. Ja, hier ist sowas. Ja. Ja sag einmal, bist du nicht krank? Warum soll ich krank sein? Ja, der Lenz, der war heute Vormittag bei mir und hat gesagt, du bist schwer herzkrank. Und es tät dich freuen, wenn ich dich besuchen tät. Wie kann denn der Lenzer sowas sagen? Ja. Was weiß ich? Jetzt hätte er schlecht um dich stehen können. Ja. Ja. Aber jetzt sehe ich ja, dass es dir gut geht. Jetzt kann ich ja wieder gehen. Nein, nein. Sie bleiben nur da. Ich danke dir für den Zug und für die Flaschen Wein. Jetzt weiß man schon lieber, ich lag im Pit und da krank sein. Komm, jetzt tragen wir den Brunen raus. Jetzt ist dir ein bissel her, Kathi. Ja. Jetzt trinken wir die Flaschen Wein. Auf unsere Gesundheit. Die Hälfte auf die Gesundheit. Und die Hälfte auf die Menge. Ja, ja. So. Da ist er ja, Kathi. So, dann lässt er es schmecken, gell? Ja. 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 So. Jetzt ja. Ja, ja. Also dann. Prost, Kathi. Prost, Michel. Prost. Ja. Ja, ja. So ist es im Leben, gell? Ja, wenn es gut geht, gell. Ja. Also dann. Prost, Kathi. Du bist zufrieden, ha? Ja, also, ich könnte nicht lang. Ja. Mein Bruder sorgt für mich wie für seine Frau. Ja, das hab ich schon gehört, ja, ja. 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 Prost. Prost. Ja. 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 Hättest du halt heiraten sollen, gell, Kathi? Ach, heiraten. Ja. 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 Komm, ich mach dir keinen Vorwurf und ich will ja nicht zurückgreifen. 20 Jahre wegen deinem ledigen Kind. Aber du weißt doch, wie wir zwei zueinander gestanden sind. Warum hast du mich endlich betrogen? Ich hab dich nicht betrogen. Ich hab dich nur belogen. Und das ist doch das Gleiche. Nein. Also belogen und betrogen ist ein himmelweiter Unterschied. Was? Wenigstens in meinem Fall. Na, das versteh ich nicht. Das glaub ich schon. Wenn's ihr Mannsbilder schon was versteht, hat's. Ich hab immer gedacht und gehofft, dass du ein bisschen rechnen kannst. Ja. Aber rechnen war scheinbar in der Schule schon die schwache Zeiten. Sag mal, auf was hätte ich denn noch rechnen sollen? Auf gar nichts. Aber die Rechnung, die wär aufgegangen. Hm? Ich kenn mich nicht aus. Ja, das glaub ich schon. Mein Gott, Michl, jetzt warst du ja so ein lieber Bursch. Und heut bist du so begriffsstützig. Was? Also gut, dann fangen wir mal von vorne an. Ja, bitte. Beim Einmaleins. Wann waren wir das letzte Mal bei Nacht? Das weiß ich mir nicht heute. Am 28. August war das. Jawohl. Und ganz kurz drauf hab ich dann auf ein paar Jahre weg müssen. Ja. Beinein sind wir gewesen bis zum Hahnen, Schreien der Frühe, weißt du's noch, auf unserem Holzpangl bei der Holzhütte drum. Ja, das war damals. Ja, und weiter? Ja, nicht weiter. Zwei, drei Tage später hab ich fuhrt müssen. Ja, und weiter? Nichts weiter. Ich hab dir sofort geschrieben und dann ist ein Brief gekommen von deinem Vater. Ich soll dich ja auch nicht, soll dich nicht mehr schreiben, weil die Liebschaft muss ein Ende haben, ne? Ja, mein Vater, der hat damals den Brief erwischt. Ja? Ja, aber ich hab mir immer gedacht und gehofft, dass wenn du zurückkommst, dass alles gut geht. Nein, aber das hat jetzt mit unserem Einmaleins nichts zu tun. Ja, ja. Wann hast du das erste Mal erfahren, dass die schlechte Häuslerstochter Kathi ein lediges Kind hat? Ja, na ja, später wie auf Urlaub da war. Ja, jawohl. Also, und jetzt rechnet einmal. Ja? Am 28. August waren wir das letzte Mal beieinander. Und am 27. Mai ist mein Kind auf die Welt gekommen. So, Mütl, jetzt nimm einmal deine Finger in die Hände und fangst zu zählen an. So weit wärst du noch zehn können. Ja, na ja. Und was bringst du zusammen? Nein. Stimmt. Und damals, als du damals auf Besuch gekommen bist, da war dein Bub genau sechs Wochen alt. Mei. Ja, Kathi. Ja, das, das. Das ist das Einmaleins unserer Liebe. Aber das wär doch bestimmt nicht schwer gewesen, das zu erraten. Ja, aber Kathi, sag einmal, warum hast du mich denn nicht als Vater angegeben? Das wollten meine Eltern nicht. Und du weißt ganz genau, wie dein Vater, was der für Meinung gehabt hat über die Häuslerleut. Ja, und wen hast du denn als Vater angegeben? Unbekannt. Und was ich wegen dem Unbekannt mitgemacht hab, das kannst du dir ja vorstellen. Ja, aber Kathi, du musst, du gehst sofort was g'schehen, oder? Nein, das g'schehen ist, ist g'schehen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Ja, das. Aber ganz ehrlich gesagt, du, du kannst stolz sein auf den Buben. Ist wahr, oder? Schau her, ich hab einen Brief gekriegt. Ja. Was glaubst du denn, was er schreibt? Also, liebe Mutter. Ja. Ja, das andere interessiert ja nicht. Und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen hab. Diplom. Vielleicht kannst du, liebe Mutter, mir 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man das feiert. Ja. Hast du ihm das Geld schon g'schickt? Nein, morgen g'schickt. Ja, das kriegt er von mir. Ja. Ja, du weißt ja. Gut. Ja, ich hab einen, zwei, drei, vier, fünf Tast, 250 Mark. Dankeschön. Jawohl. Ja, und Kathi, und jetzt wird sofort geheiratet, geht's krumm oder grad. Also, Michael, das, das hab ich nicht wollen. Ja, ich will es. Und dein Bruder, der kann mich gern haben, der ist gar nicht wert, dass er so eine Schwester hat wie du. Harko, auf das freu ich mich so, wenn ich's ihm dröpferlweiß beibring. Doch, da kann er nimmer späteln. Da bin ich ihm endlich über. Nein, 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 noch ist es ja nicht so weit. Was? Und wenn's so weit ist, dann vergiss ja nicht, dass der Nickel dein Schwager wird. Schwager hin, Schwager her, zu dieser großen Freude kannst du mir die Kleine ruhig lassen. Na, ist ja gut, aber jetzt muss ich wieder gehen. Ja, Matti, damit wir gehen ja hinten übers Feld, gehen wir gleich raus und ich hab nach allerhand mit dir zu reden und vielleicht hab ich sogar geschneit und bitte dich um ein Puzzle. Vielleicht kriegst du sogar einen. Ist wahr? Juhuui! Was für ein Hamisch, was für ein Hamischreiten da so. Der Hamisch war ich. Ach so, du, 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 du. Ja? Du, du darfst es. Ja, weil du bist ja unser Leithammer. Ja, du musst. Nein, nein, ich hab gemein, du leitest. Ja, einmal, komm. Ja, ich rinde, ich rinde, ich rinde, ich rinde, ich rinde, ich rinde. Schreibe dir auf wie ein Jochgeier. Der Freude lässt dir doch frei. Man hat so viel Zeit erst schon haben, aber du hast Kaffee und so. Auf den Nudeln, oder? Ja, ich rinde, wenn die Nudeln ist, aber heut liegt noch was im Magen und da möcht ich auch nicht stören. Ja, wen störst du denn da? Heut am Sonntag, da kommt vielleicht mal ein unerwarteter Besuch. Zu uns nicht. Sucht ich es nicht, Papett. Und mit deinem Bruder wirst du auch noch was zum Reden haben, oder? Nein, mit dem kann man nicht reden. Mit dem muss man schimpfen. Schaut er das an, hat er wieder Flaschen Wein gepatzt und zwei Glas Wein. Aufräumen muss er es ja nicht, gell? Ich meine, die Papett räumt's auf, aber die räumt's ihm nicht auf, mein Lieber. Der will nicht bald heirat, dann schau ich nicht um einen. Ja, das wär recht. Nach einem Mürster heiraten. Der darf sich anschauen, mein Lieber. Ich hab gesagt, ich räum nicht auf, verstehst? Weißt du was, Lenz? Hä? Sitz dich hin und trinkt du den Wein aus. Trinkt? Ja, mach gut. Ich geh da mal in der Kammer und mach mir's bequem. Das ist recht. Ein Wein und zwei Glasl. Da müssen zwei Leute da gewesen sein. Tiroler Silberleiten, den kenn ich, den trinkt nur der Langwieser. Da im Haus sind sie nicht. Durch das Dorf sind sie auch nicht gegangen, sonst werden sie mir begegnet. Da muss ich die Geschichte mal von der anderen Seite betrachten. Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Und da sind sie, sind sie. Da stehen jetzt beieinander, die zwei. Hand in Hand. Jetzt geben sie sich ein Puzzle auch noch. Langsam, Michi, langsam, du dertruchst. Ja, Gott, nein. Geh dir den Menschen ins Zeug. Ja, bei denen zwei, da steht einer Wiedervereinigung nichts mehr im Wege. Jawohl. Lenz? Ja? Schaust du nach dem Wetter? Nein, nein, ich schau nach meinen Schaf. Was? Das ist aber komisch. Warum? Die stehen doch auf der anderen Seite drüben. Das macht doch nichts so. Mit dem Glas kann ich ums Eck rumschauen. Du, Lenz. Häh? Lenz, wenn das schon so ein gutes Glas ist, dann schau doch, wie morgens Wetter wird. Da hab ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Häh? Sag's zum Bauern seiner Schwester. Ja? Wir sind ein paar Schafe aus der Pferch ausgebrochen. Ja, und die muss ich wieder reintreiben. Das schaffst du schon, du. Du bist ja so ein guter Schläfer. Schäfer! Ja, ja. Ja, also, Zilli, zwei, zwei hab ich schon drin. Ja? Aber die anderen zwei, da wird's ein bisschen was haben, ne? Soll ich dir helfen? Nein, nein, Zilli. Bei deinen Schaf, da kenn nur ich mich aus. Also, Pferde. Also, dann komm ich morgen zu dir, weil morgen hast du ja deine Schafe wieder. Wollten wir's hoffen, nicht? Dass ich's wieder hab. Also, Pferde, gut. Pferde, Lenz. Pferde. Der Lenz. Ja, hör rein. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo ist denn der Bauer? Ja. Wo er ist, wo er sie nicht. Aber da sie nicht im Haus ist, das weiß ich schon. Ah, ja. Und wo ist unsere Schwester? Die ist in ihrer Kammer. Die Blumen, die... Danke, womit hab ich das verdient? Die Blumen gibt's der Schwester. Also. Dann sagst du einen schönen Grüß. Ich würd ihr eine gute Besserung wünschen. Hm? Und wenn's nix dagegen hat, dann komm ich zu ihr rauf. Ja. Ja, was ist denn heut bei uns los? Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ja, das sieht sie dann schon, wenn ich oben bin. So. Also, wenn eine Frau zu einem Mann in die Kammer geht, das lassen wir eingehen. Aber ein Mann zu einer Frau, das ist ordinär. Das ist ja Flaschenwein von mir. Das ist aber gespeßig. Tatsächlich, wie kommt denn der da her? Ja, was mir die Babette wohl zum Sagen hat, es muss nicht gut um sie stehen, dass sie nach mir verlangt. Ja, wär schade, wenn ja was Ernstliches passieren töt. Na ja. Was hast du gemacht? Ja, Bette. Mieti. Ja, das ist jetzt gut. Was ist gut? Dass du nicht im Bett bist. Was soll im Bett? Ja, man hat mir ja gesagt, du wärst sehr herzkrank und ich soll kommen und jetzt bin ich da. Wer hat das gesagt? Der Lenz. Der Lenz? Du, der war gerade vor einer Viertelstunde noch da. Den Lenz, wenn ich da wisch, mich so zu fotten. Sag einmal, wär's der Liebe, ich weiß, sterben Sie zu krank? Nein, gewiss nicht. Ich war nicht. Mich freut es, dass Sie gesund bist. Aber da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Wenn man sich 20 Jahre aus dem Weg geht, dann fällt einem das Regen schwer. Setz dich doch hin. Ja, ja. Ja, ja. Wie geht's dir denn bei Bett? Ach, bin zufrieden. Das glaub ich nicht. Geh weiter, bleib doch sitzen, Nickl. Du wirst ja müde sein von dem weiten Weg, den du gemacht hast. Aber sonst. Ja, ja. Ja, ja, so ist's. Das sag ich auch. Wird doch die Zeit vergeht. Und da hat sich so viel ereignet. Sei mir nicht böse, Barbette, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Hast du früher so schöne Sachen zu sagen gewusst? Barbette, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einmal eine große Erbschaft mache und ein reicher Bauer werde, nachher wäre vieles anders geworden. Was wäre anders geworden? Alles. Ich hätte geheiratet. Trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem du mich hintergangen hast. Ich hab dich hintergangen. Ich hab dich verstanden. Was hättest du mit einem Kleinhäusler gemacht? Deswegen hab ich dich mit dem Nächsten von der Straße hintergangen. Ja, oder willst du mir vielleicht sagen, dass dir der Storch das Kind gebracht hat? Nein, gewiss nicht. Na also. Und hätte alles so schön werden können. Und jetzt bin ich ein reicher Bauer und hab einen großen Hof und keinen Erben. Keinen Erben hast? Okay, das ist doch nicht schlimm. Machst du es halt wie ich, nimmst dir die Nächste von der Straße und schon hast du einen Erben. Barbette, für was hältst du denn du mich? Für das Gleiche, für das du mich hältst. Ja, was soll ich denn da denken? Jetzt nix, mein Nickel. Früher hättest du denken sollen. Ich hab gedacht genug. Was bei euch im Mannsbildern schon denken heißt. Weißt du das noch, wie du fort hast müssen und mir Abschied genommen haben voneinander? An Maria, Geburt war's. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und ich hab dir versprechen müssen, dass ich dir nicht schreib, weil sonst dein Vater die Brüfe in den Tent gekriegt hätte und alles wäre versaut gewesen. Stimmt. Was da ein paar Monate ohne Nachricht in Angst und Sorgen sei, das wäre noch zu ertragen gewesen. Aber das andere... Sag lieber der andere. Gut, sag ich der andere ist ja gleich Nickel. Du warst doch ein verstandsamer junger Bursch. Hast du denn du nicht denkt, dass auf eine süße Stunde auch eine Bittere kommen kann? Die Bittere habe ich schon erfahren, wie ich heimgekommen bin und habe erfahren müssen, dass... Dass die Breit, wie es ein Babette erledigtes Kind hat und keiner weiß, wer der Vater ist und lauter solche Sachen. Genauso war's. Und den Schneid hast du nicht gehabt, dass du rübergehst und mich fragst, was war es an dem schlechten Gret? Nein, Babette. Ich war ein armer Heisenbuhr, aber mehr Stolz habe ich gehabt, als ein mannbrecher Bauernsang. Damit war die Geschichte erledigt. Bis du mal heimgekommen bist, habe ich jeden Abend nach Feierabend eine Stunde auf unserem Bankerl gewartet. Mit unserem Kind. Was sagst du denn, Babette? Mit unserem Kind? Ja, so ist. Und wenn du es nicht glaubst, dann fragst du die Hebamme. Die kann das genau ausrechnen. Am 15. September wird unser Maria 20 Jahre alt. Mein Gott, Babette, so wenig Freude. Ja, den Lenz, wenn ich da wische. Was hat denn der Lenz damit zum Tue? Ja, ohne dem Lenz eine Lüge hätte ich das nie erfahren. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Babette, dann bin ja ich der rechtsmäßige Vater von deiner, von meiner, von unserer Maria. Ein rechtsmäßiger Vater ist keiner da. Wieso, das bin ich. Ich schau heruntergerissen gleich. Nein. Nein, mein Vater war doch Bürgermeister. Der hätte es nie zulassen, dass ich von einem Heisler-Buh mein lediges Kind habe. Der hat im Standesamtsregister eintragen lassen. Vater unbekannt. Das wird sofort geändert. Babette. Jetzt werde ich geheiratet. 20 Jahre haben wir schon versäumt. Im Film, wir haben silberne Hochzeige. Babette, gib mir doch ein Puzzle. Dann erspare sie das Jahr an. Kein Wickel. Geweiter. 20 Jahre habe ich von dir keine Puzzle mehr gekriegt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Du warst nicht schuld, ich war nicht schuld. Dann wirst du doch auf ein unschuldiges Puzzle auch nicht drauf ankommnen. Und jetzt werde ich die Neuigkeit deinem Bruder Tröpferl weiß. Da wirst du noch einen Hacken haben. Hacke was? Der darf mich auch nicht fragen, wen er heiraten tut. Jetzt wird ihm der Dampf eingehen, wenn er die verliert. Dann wird er heiraten müssen. Ui, der wird sich anschauen mit einer Frau. Und am Hof, wo noch alles mit der Hand gearbeitet wird. So hast du es bei mir schon schöner. Du wirst schauen, keine dreckige Hand mehr und nur noch anschaffen. Ich kann es gar nicht klären. Nicke, du kannst voll stolz sein auf unsere Tochter. Schau, was man geschrieben hat. Liebe Mutter, und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Vielleicht kannst du mir, liebe Mutter, 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man da feiert. Deine Maria. Hat sie sich schon geschickt? Nein, morgen schick ich sie. Moment, Moment. Da habe ich 300 Mark. Für das Mädel reibt mich gar nichts. Dankeschön. Ich meine, du musst mich jetzt ein bisschen allein lassen. Ich bin ganz irre im Kopf. Fräule, bitte. Bitte gut. Bitte. Bitte, bitte. 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 Und jetzt werde ich mir den Michi kaufen. Aber kaufen werde ich mir. Da werde ich mir die Augen übergehen. Jawohl. So. Du kommst mir grad recht. Mit dir habe ich etwas Wichtiges zu reden. Ich mit dir auch. Pass einmal auf. Du musst nicht einmal mich reden lassen, hm? Ich bin der Herr da im Haus. Ja, also jetzt trinken wir Zeit. Da hätt ich den ganzen Wein ausgesoffen. Aber denk dir nichts, ich bring dir morgen eine Flasche rüber. Die merkwürdige Weise hab ich denselben. Du nicht schon wieder specklen und angeben, gell? Jetzt tust du zuerst einmal richtig stärken, gell? Und du auch. Ich hab's nicht notwendig, aber du. Prost. Prost. Musst denn dabei getrunker werden? Jawohl, denn ich hab versprochen, dass ich's dir tröpferlweise beibringe. Was willst mir denn du beibringen? Ja. Nickerl, sitzt du bequem? Sehr bequem. Ja. Nickerl, dein Hof ist durch und durch sozusagen ein Musterhof, alles elektrisch. Aber eins hast du im Belge nicht mehr. Und da wär ich dir dann über sein. So. Ja. Was hab ich denn nicht? Eine elektrische Hauserin. Brauch ich nicht. Ich hab eine lebendige. Ja. Da kann mir kein Mensch auf der Welt ersetzen. Aber nicht mehr lang. Wo? Teuscht ja nicht. Noch sehr lang. Vorher. Sechs Wochen ist nicht lang. Wieso sechs Wochen? Weil... Nickerl, sitzt du wirklich gut? Was hat denn das mit dem Sitzen zu tun? Weil ich mit deiner Schwester einig bin und in einigen Monaten heirate. Haha. Gell? Das gibt deinem Musterhof einen Schlag. An sowas hast du nicht gedacht. Gell? Nein. An so ein Glück hab ich wirklich nicht gedacht. Haha. Michi, ich freu mich um meinen Segen. Und ich hab mich schon gefreut, dass in einem recht stinkt. Wieso gefreust dich denn du? Weil uns jetzt alle zwei geholfen ist. Was? Michael. Ja? Sitzt du gut? Ja, warum? Weil deine Schwester und ich auch einig sind und in einigen Monaten heiraten. Ja, wann seid ihr hier denn einig geworden? Zur selben Zeit, wie du mit meiner Schwester einig geworden bist. Haha. Aber ich bin dir ja trotzdem um meinen Stickerl voraus. Haha. Glaube ich nicht. Ja? Der Jacky... Du meinst dein Jagdl? Nein, Jacky heißt er von heute an. Nein. Denn ich bin sein rechtmäßiger Vater. Mach mir's nach. Kommt schon noch. Da darfst du dir aber schicken. Haha. Die Mary? Du meinst die Maria? Mary heißt sie von heute ab. Denn ich bin ja rechtmäßiger Vater. Haha. Ja, dann heißt ja du. Ja. Haha. Wir haben schon immer alles zur gleichen Zeit gemacht. Ja, das kommt mir auch so vor. Gratulierter Michi. Ja. Kannst stolz sein auf den Buben. Bin ich auch. Bin ich auch. Gerade hat mir die Kathi ein Schreiben gezeigt. Da schreibt er, er hat das Diplom in München gekriegt. Auf der Landwirtschaftlichen Schule. Respekt. Ja. Kann ich auch gratulieren. Kannst stolz sein auf den Dürnl. Ja, bin ich auch. Ja. Gerade hat mir die Barbette ein Schreiben gezeigt. In dem steht, dass sie auch ein Diplom gekriegt hat in der Haushaltungsschule in München. In München? Was hast du denn? Sag mal, entspannst du nichts, Nicke? Freilich entspannst du nichts. Da draußen haben wir versucht, dass wir es auseinander bringen. Und in München haben wir es zusammengebracht. Wir zwei können machen, was wir wollen. Wir kommen immer wieder auf gleich. Das kommt mir auch schon vor. Aber eins hab ich noch im Petto und da wirst du dich furchtbar ärgern. Ich ärgert mich nicht mehr mit dir. Bitte, Nickel, ärgere dich bitte nur ein einziges Mal. Also gut, ärgere dich mich noch einmal. Gut. Ich wär jetzt auch elektrisch. Wenn du meine Schwester heiratst, dann brauchst du einen Starkstrom. Draust bleiben. Ja, freilich. Du wirst doch nicht zumuten, dass ich vom Fenster aus zuschaufe, wie sie da putzt. Ich mag überhaupt nicht, dass du mir bei der Arbeit zuschaufe. Ja, aber gleich. Das gefällt mir doch, wenn eine Frau so sauber ist als wie du. Also, aber die Papette war doch auch sauber. Nicht so wie du. Nicht so gründlich wie du. Du laufst den ganzen Tag mit dem Putzlumpen rum und das mag ich doch so gern. Ja. 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 Jetzt hörst du aber auf. Ist ja wohl. Du, wie lange sind wir jetzt schon verheiratet, gell? Also mich jetzt, glaub ich's. Aber gestern waren's drei Wochen. Mei, wie die Zeit vergeht, ey. Ist das vielleicht schon zu lang? Zu lang. Mir kommt's ja vor, als wenn's gestern gewesen wär. Und außerdem, was heißt da drei Wochen? Ich hab' nachgezählt. Es gingen auch fünfundzwanzig Tage. Und fünfundzwanzig ist eine Jubiläumszahl. Kann ich immer, Busse. Ach, dann zieh' aber auch mitten unter der Arbeit. Ach, unter der Arbeit werd' einmal Brotzeit gemacht. Aber eines versprech' ich dir. Heute ist es das letzte Mal, dass du auf den Knien unseren Boden rausputzt. Morgen kauf ich einen Staubsauger. Der nützt doch nix für'n Bretterboden. Ne? Na, da tun wir einen anderen Boden rein. Dann mach' er's was? Dann mach' er den selben Boden rein, den unser Pfarrer hat. Da mit dem Linoleum, ne? Also praktisch wär's schon. Gell? Du, was ist? Hat dein Brot auf dem Hof auch ein Linoleum? Na. Ne? Dann sind wir ihm endlich einmal über. Tja. Na, sieh's da. Jetzt braucht man da nur noch Blumen auf den Tisch und dann sind wir fertig für'n Empfang. Was denn für'n Empfang? Also, Michel. Was denn? Heut kommt doch dein Schwager und deine Schwester. Ja, so, ja. Richtig. Das haben wir doch ausgemacht. Heut kommen doch unsere Kinder. Die Kinder. Oh Gott. Dann kommt der Bub auch mit. Mei, mei, mei. Das wird was werden. So Bub und Vater gegenüber. Okay. Wie sag ich's ihm denn, dass ich sein Vater bin, he? Ja, das wird auch vorbeigehen. Ja, das wird eine schwere Geburt, das sag ich dir. Jetzt hörst aber auf. Also, ich werd ihn schon vorbereiten. Und der Jachli, das ist ein vernünftiger Bursch. Ja, wie komisches Gefühl ist es. Auge in Auge, Vater und Sohn. Du, also der Sohn kann genauso stolz sein auf seinen Vater wie der Vater auf seinen Sohn. Na ja, ich reg mich schon so zusammen, dass er sich nicht scheumen muss mit mir, he? Ja. So. Und? Jetzt bin ich fertig. Bist fertig, Zilli, mit dem Grünfutter alles herinnen, he? Wenn ich sag, ich bin fertig, dann bin ich ratziputz fertig. Ja, fein. Also das mit dem neuen Traktor, das geht ja ruckzuck. Geil. Dreimal hin und her gefahren und fertig bin ich. Ja, man muss eben mit der Zeit gehen, he. Ich hab mir ein bisschen anwachtgegeben, Zilli, dass dir nichts passiert mit dem neuen Traktor, gell? Ach, geh. Und wenn, dann sind wir doch Kasko versichert. Ja, der Traktor, aber du nicht. Nein, Zilli, hm? Machst du Brotzeit? Na ja, eben, ich hab zwar bei der Kramerin grad ein Schokolade gegessen, aber Brotzeit könnte ich eigentlich schon noch vertrauen. Ja, dann is halt was. Ja, aber das, was ich möcht', das haben wir nicht. Ja. Ja, was möcht's denn? Ja. Ein Salzhering. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das wollen. Einen solchen Geschmack. Einen Schokolade und einen Salzhering. Voll Teibe. Und wenn ich grad am Feld draußen war, hab ich noch einen Sauerarm vergessen. So. Also du, das sind aber komische Gelüste. Ja, muss ich auch sagen. Hast du die schon lang? Ja, seit ein paar Tage. Ja. Aber weißt du was? Ja. Jetzt möcht' ich viel lieber eine gesteckelte Mulch. Was? Ja, dann gehst halt raus in den Speis und holst da einen. Gut. Eine gesteckelte Mulch, da hab ich jetzt Appetit. Jawohl. Ich weiß nicht. Die hat einen Geschmack beieinander. Ja, voll Teibe. Ja. Oh. Telefon. Ja. Breitwieser. Wer ist denn? Ja. Ich weiß nicht. Der Auslandsgespräch von Rosenheim. Ja. Wer? Ja. Ihr seid es. Ja. Grüße, Maria. Was habt ihr? Eine Stunde Aufenthalt. Ja. Ja. Schickzeugtag. Wer? Der Jacky. Ja. Ja. Freilich. Jetzt möchte der Jacky mit mir reden. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Hallo, Jacky. Ja, freilich. Ja, freilich. Ja, freilich. Ich freu mich. Natürlich. Kommst du sofort mit der Maria zu uns daher. Gell? In Ordnung. Servus. Fürthi. Ja. Ja. Woher weiß denn der, dass wir Telefon haben? Also, Michel, wir haben doch geschrieben, dass wir geheiratet haben und wie modern, dass wir uns jetzt eingerichtet haben. So. Dann hättest du ihm auch schreiben können, dass ich nicht nur dein Mann, sondern auch sein Vater bin. Oder? Nein, 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 nein. Also, das musst du schon mündlich beichten. Ja. Jawohl. Ich meine, aber da geh ich lieber wahlfahrt. Und jetzt schau ich da. Wahlfahrt. Jetzt rein da zu euch. Ja, Frau Heilig. Ja, ich moin mal kurz frisch putzen. Ja, geh mal rein. Ja, geh mal rein. Ja, du darfst doch geh mal rein. Bin ich ja zu frei, nicht? Ja. Was ist? Magst du was trinken? Ja, das kann ich schon. Ja. 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 Mensch, wenn ich Cypə mal g'storm seine war sowieso so lang verschlossen. Sächt, süssieß. Ja. Ja. Oh Bauer, da hast jetzt dein Wein. Lenz. Ja hahaha. Ja. Jents, grüß dich. Grüß dich gut. Sili. Schau Lenz da, da hast du dein Wein. Dankeschön Zilli. Lass dir es schmecken. Ja. Du schau ist gut aus heil. Dankeschön. Du schaust aber auch gut aus. Ja. Du Lenz. Mh? Ich hab für einen Führerschein gemacht. Einen Führerschein? Ja. Hoffentlich gilt der nicht auch für einen Ehe-Stand. Bei mir gilt der für alles. Lenz, warst du schon beim Herrn Pfarrer? Das kommt drauf an, was der Bauer dazu sagt. Der hat gar nichts zum Sohn. Du, Bayerin, ich geh jetzt grad zur Kramerin. Soll ich da irgendwas mitbringen? Was das denn, du, bei der Kramerin? Eine Essiggurken kaufen wir. Da wird's richtig abgiftet. Ja, was habt ihr jetzt für komische Gespräche vom Pfarrer? Ob ich einverstanden bin und ob ich es erlaube? Pass auf, die Geschichte ist ja so. Was denn für ein Geschenk? Das heißt, die Geschichte ist ganz anders. Was? Also jetzt, jetzt machst du uns aber neigierig. Jetzt erzähl uns mal von der Geschichte. Wochenlang, wochenlang hat man immer den Hirn zermartert, wie ich euch zwei unglückliche Menschen zusammenbringe. Ja, ja. Mit Lug und Drog. Ja, und jetzt, jetzt ist die Strafe Gottes über mich gekommen. Ja, wieso? Weil's mich selber erwischt hat. Ja. Jetzt werde ich die Feinheiten der Ehe auch kennen. Ja, wie ist denn das zugegangen? Ja, pass auf, wie uns der Herrgott strafen kann. Ich sitz an einem schönen Abend vor meinem Schäferkarren, ne? Und isse meinen selber bastelten Schmarrn. Ja. Kommt ein Mädel auf mich zu. Ein Junge. Na ja, so arg jung ist sie nimmer. Vom Alter her wird man gut zusammenbasteln. Ja? Ja, sie ist nicht uneben, fleißig und sparsam. Ja, das ist doch recht. Ja, ja, jedenfalls im Denken, da ist sie sehr sparsam. Aber, aber dafür hat sie ein Sparbücherl mit fast 20.000 Mark. Na, das ist ja doch schon ein Anfang, oder? Ja, und was war nachher mit dem Mädel? Ja, zu mir hat sie sich hergesetzt und hat mich gebettelt. Ich soll ihr Geschichten erzählen. Geschichten? Heute, weil der Abend so schön ist. Ja, ich hab ihr dann eine Geistergeschichte nach der anderen erzählt. Das mögen die Mädel gern. Geister. Ja, ja, und das war mein Untergang. Ja, schon. Je mehr Geister, dass ich aufmarschieren hab lassen, je mehr hat sie sich gefürcht und hat sie mich hingedruckt, dass ich gleich Ohrensausen gekriegt hab. Aber ich hab zum Stottern angefangen und hab zum Schluss überhaupt nichts mehr gewusst. Ja. Die Nacht, die Nacht war kühl, ne? Ja, das Dunkelte. Ja, ich glaub ich schon, dass es finster geworden ist, ne? Eben nicht. Nee? Das Wetter ist gekommen. Da war was für eins. Ich kann doch, kann doch das Mädel bei dem Wetter nicht heimschicken, ne? Ja. Ich hab's da mit in meinen Schäferkarren mit drin und... Mh-mh. Da haben wir dann das Wetter abgewacht. Das Wetter. Eine ganze Stunde hat das Wetter gedauert. Und das war meine Schäferstunde. Und weil ich ja der anständiger Kerl bin und auch nicht abgeneigt. Und weil ich ja der anständiger Kerl bin und auch nicht abgeneigt, hei war das jetzt. Na, schenkst du das Lenz, dann gratulier ich dir. Ja, ja, so war die Geschichte, ja. Aber was ich dich noch fragen wollte, ja? Wann kommen denn deine Kinder? Ja, hei Nachmittag. Ja, Nachmittag? Ja. Ja, Breitwieser, da musst du ja hei noch Farbe kennen. Ja, leider, ja. Ich kann ja lieber zum Pfarrer nüben und die Generalbeichte ablegen. Vielleicht wird's gar nicht so gefährlich. Schauen wir mal, was ich machen lässt. Ich pack's wieder. Also, gefürt euch Gott. Du, was wird denn das für eine Sende, wo er heiraten will? Also, das ist doch bestimmt nicht schwer zu erraten. Meinst du? Du, Hörns, mach dir aber ein bisschen richtig her. Du weißt, was halt noch auf dich zukommt, gell? Ja, nicht schön hinter mir, wenn er wir war. Also, so enttrag mich nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Mei, Bäuerin, die Essegurken, das ist sowas von gut. Sag' mal. Magst du beißen? Du, das, die ständigen Essegurken, das ist doch nicht gesund für deinen Magen. Hast du eine Ahnung, was für meinen Magen gut ist? Mein Magen vertragt alles. Aber wenn ich mir das so überleg, möchte ich eigentlich schon wieder was anderes. Was möchtest du denn? Einen Zwetschkentatschel. Also, da musst du aber warten, bis Zwetschgen reif sind. Na, so lange habe ich keine Zeit. Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Küche raus und isse ein paar Rengsburger. Was? Ja, du sag' mal. Zilli, du wirst dir nie schlecht. Ja, manchmal schon. Aber schau, das is ja gerade das Schöne, weil danach habe ich nämlich immer diesen Durcheinander-Appetit. Also, wenn die nicht Schäferin wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, Kathi, grüß dich. Ja, nicht, wie grüß dich. Grüß dich. Herr Bell, grüß dich. Na, hast du dich schon eingewöhnt in deinen neuen Hausstand? Ja, gut, auch noch. Aber ist das schon praktisch, wenn man bloß noch aufs Knopfdrucker braucht. Weißt du, du schon schwerer tun, gell? Ja, wir haben uns ja jetzt sowieso schon so modernisiert. Und morgen kauft mein Mann einen Staubsauger. Nein. Aber setzt euch doch hin. Nehmen Sie Platz, ich bin gleich da. Ja. So, na, seid ihr schon da? Bitte. Da, schau her, dann können wir es ja andühen, gell? Ja, mir wäre es lieber, wenn es schon vorbei wäre. Aber schön hast du alles geputzt und den Fußboden so schön sauber geht. Jetzt schon blag, wenn man den auf die Knie rausputzen muss, gell? Ja. Ja, also, der Michel kauft ja morgen auch ein Linoleum. Ja. Ja, aber er kann es nicht sehen, dass ich dauernd auf die Knie umeinander rutsche. Ja, in der Beziehung ist mein Bruder Kavalier. Ja. Die Knie von der Frau sind halt was anderes, wie die Knie von der Schwester, gell? Ja. Aber mein Nickel hat mir schon vor der Hochzeit das ganze Haus mit Linoleum auslegen lassen. Ich könnte mich schon wieder zu Tode ärgern. Ja, wieso? Immer wenn ich glaube, ich habe was Neues, hat es er schon wieder vor mir. Nein, nein, das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Rolltreppe. Du hast keine Rolltreppe. Wir bauen Rolltreppen rein. Also, Michel, Herrschaftszeiten, seid doch nicht so kindisch. Morgen, heut kommen eure Kinder. Ja, ja, und darum müssen wir ja kindisch sein, ne. Heute müssen wir Farbe beginnen. Ja, ich wollte dich jetzt schon hinter mir. Wenn sie erst sechs Wochen alt werden hat, könnte man leichter mit ihr reden. Natürlich doch. Da redet sich leichter mit der Jugend, aber in dem Alter, gell, das ist so eine Sache. Das ist einem Stand und schimpfen, einen recht. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob es das Gescheitste wäre, wenn man von der Vaterschaft überhaupt nichts sagen würde. Das habe ich mir schon lange vor dir überlegt. Ja, ich habe es schon wieder vor mir gedacht. Sag einmal, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ja, jetzt glaube ich, es würde mich auch interessieren. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ich meine, dass wir durch die Heirat Väter sind, das ist doch klar. Ist doch klar. Vater sagen die immer zu uns. Ja, ja, und dann ist doch egal, ob sie Vater sagen oder Stiefvater, das bleibt ja doch gleich. Wir haben echte und rechte Kinder. Ja. Und die Kinder haben echte und rechte Väter. So ist es. Nur wissen sie es nicht. Und die Jugend braucht nicht so viel zu wissen, ne? Und uns ist ein Haufen Arbeit erspart geblieben. Also, Michl, jetzt denkt doch ein bisserl weiter. Noch weiter, da wäre ich ja kaputt. Was ist, wenn eins von denen zwei heiraten will? Dann sollen sie heiraten. Dann sollen sie heiraten. Ja, wunderbar. Und am Standesamt stehen eure richtigen Namen drin. Ihr habt euch als richtige Väter bekannt. Ja. Dann wäre es ja gleich gescheiter, wenn mein Bub ein Pfarrer werden würde. Da hat mein Dörndl eine Klosterfrau. So ist es schon. Michl, jetzt lass dich auslachen. Du wirst dich doch von deinem eigenen Kind nicht fürchten. Da stellst du dich hin und sagst, Dörndl, ich bin dein Vater. Aus. Jawohl. Und genau dasselbe sagst du auch. Aus. Ich bin ja nicht der Vater von dem Dörndl. Mein Gott, dann sag es halt in Gottes Namen Bub. Das will ich gerade noch rausbringen. Aber was da nachkommt. Ja, also da wird nicht mehr viel nachkommen. Nein, wisst ihr was? Wir lassen euch zu dieser Unterredung allein. Und wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann kommen wir dazu. Und bringen es zu einem guten End. Schau mich mal an, warum. Ich bin dein Vater. Also so richtig, ich hab's probiert. Also, Michl, Herrschafts, jetzt bist du gestanden ins Mannsbiet und machst so ein Theater. Das ist mein Nickel schon ein anderer, gell? Du wirst das schon richtig machen. Ich mach das so richtig. Ja, ja, also mein Michl macht schon auch richtig. Ich wäß noch richtigerer machen als wer. Also, dem hab ich's probiert, schon wie es geht und bin ich schon mal über. Und heute Abend sind wir eine richtige Familie. Und lustig wird's. Ja, und ich schau auf mit einem Rausch an. Michl, ich hab nichts dagegen. Na, ich schau. Ich schau mit. Du schau auf mich. Jawohl. Jawohl. Ich feier auf mein Vatertag. Jawohl, das hören wir. Ja, was hast du denn da dabei? Ja, was ist denn das? Mutter, seien wir nicht böse, aber ich hab ein Kind gekriegt. Oh Gott, das wollen von wem denn? Von mir selber. Schau, das ist der kleine Jacky. Ja, sag einmal, wo ist denn Maria? Maria, die war draußen, bis sich der erste Sturm gelegt hat. Ach so. Jetzt sollst reinkommen, jetzt kann man nix mehr rücken. Das macht mir sicher passieren. Ich dank dir schön, auf so einen Vater kann man stürzen. Ja, das will ich auch. Hey, ich komme rein, es ist alles früh gekommen. Was ist denn? Da hat sich auch das viele von dem Kind losgeweinern. Mein Lieber, jetzt wär's aber kindisch. Mama, ich kann nix dafür. Ach, ich mein, du warst ja auch mal jung, gell? Wo? Da, hast du eine kleine Mähre. Na, ist das? Zwilling, Mädel, du bist ein guter Rass Respekt. Ja, sag einmal, wie ist denn das zugegangen? Mutter, du glaubst ja gar nicht, was München für eine schöne Stadt ist. Ja, das glauben wir. Die Beweise haben wir da. Ja, und was man da alles lernt, ja. Wurst, das haben wir gesehen. Ja. München ist die schönste Stadt der Welt. Du und unsere Kinder sind echte Münchner Kinder. Und das wäre ja ein Grund zum Trinken. Schau's doch einmal an, Mama. Und du auch, Mama. Ja, du kleine Kinder, ich bin so süß. Gizzi, 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 gizzi. Ja, wie ein Engel, dein Maßarbeit. Und alles unter Putz. Und ausschauen, du, ausschauen, der Bruder schaut aus. Genau das sieht man, dass das einmal gestudieren wird. Da hast du dir auch die Mühe gegeben, mein Sohn. Da kommen schon noch ein paar nach, wenn wir mal verheiratet sind. Verheiratet? Was ihr jetzt heiratet, sagst du? Klar. Ich kann doch mal mehrere mit ihren zwei Kindern nicht allein lassen. Also mit dem hab ich nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Und jetzt wird's doch auch nichts mehr dagegen haben, nachdem die Feindschaft jetzt verheiratet ist. Na ja, gut, dann können wir ja Vatertag feiern. Und Verlobung. Und Verlobung. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, Maria. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Gut, schau's du aus. Ja, du hast ein richtig gestudiertes Gesicht. Ja. Ja, was ist denn das? Mei, ist das leer. Ja, ist zu euch der Storch gekommen, ha? Ja, in einer Wohltätigkeitsveranstaltung haben sie sich gewonnen. Ja, das, ja, das sind ja zwei. Ja, das steht ja vor. Zeigen kann's auch. Ja, Maria, wie ist denn das zugegangen? Also, das muss mir jetzt sofort erzählen, weil das möchte ich wissen. Moment, 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 Moment einmal. Hä? Was ist denn eigentlich mit dem Diplom, Herr Diplom-Landwirt? Ja. Das würde ich auch ganz gern fragen, Frau Diplom-Landwirtin. Ja. Also, ein bisschen Freude könnt ihr uns schon machen. So ist es. Wo wir das so gnädig alles aufgenommen haben. Ja, ja. Also, das ist ja so. Na, na ja, so war es gerade nicht ein bisschen anders. Wo das Diplom ist, möchte ich wissen. Da. Jetzt weiß ich's. Das heißt mir bei den gestudierten Diplomen. Ja. Und das Geld, was ich dir geschickt habe. Ja. Und ich auch. Also, schau, Mutter, wenn man auf die Welt kommt, dann kostet das ein Geld. Aha. So. Jetzt brauchst du bloß schon sagen, dass du Lustbarkeitsteuer zahlen hast müssen. Das gerade nicht. Aber? Also, 550 Mark haben wir gekriegt von euch. 300 Mark allein hat das in Bindungsheimschuhe gekostet. Aha. 50 Mark die Kinderwäsche. Ja. Und von den restlichen 200 Mark haben wir uns gedacht, dass wir uns einen Kinderwagen ließen. Ließen? Das war eine gute Investition. Ja. Also, Alter, nicht seid's uns heute nicht böse. Und wenn's euch recht ist, nachher koche ich was recht Gutes. Damit seht's, was ich gelernt hab und was ich kann. Ja, was du kannst. Zwei Teile wissen wir schon. Ja. Also, wenn wir gerade vom Kochen reden, Bayern, Bayern haben wir noch ein bisschen Sauerkraut draußen in der Küche. Ich weiß doch, ein ganzes Fassl voll. Ich hab einen solchen Appetit auf ein Sauerkraut. Ich kann da ganze Torten essen. Was? Weißt du was? Mit dem jetzt die kleinen Pamsen was zum Essen geben. Die werden Hunger haben. Komm her. Ja, und trockenlegen werden wir's auch müssen, gell? Warten wir uns, ich geh mit. Ja, und ich auch. Nein, 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 nein. Ihr bleibt da. Aufs Kinderaufziehen haben wir noch nicht verlernt, gell? Ja. Kann ich was helfen? Ich wär auch ein alter Wicker. Ja. Wir können euch überhaupt nicht brauchen, gell? Was? Denkt's an den Vatertag. Jetzt kommt der Moment, wo der Aff ins Wasser springt. Wie sag ich's meinem Kinde? Sag's für mich auch gleich mit. Du warst beim Sündigen allein, also musst du ja jetzt allein reden. Ja, also gut. Schön geht's. Ja, komm, sitz dir mal her zu mir, bitte. Gerne. Wenn's dir eine Freude macht. Ja, Freude. Ja, dann sitz dich da zu mir rüber, Mary, damit's nicht so allein bist. Das ist gut, dann lernen wir uns ein bissl näher kennen, gell? Ja. Eben. Eben. Ja. Ja. Also ich bin froh, dass wir wieder daheim sind. Ja, und ich auch. Ja, ich wär froh, wenn wir's schon überstanden hätten. Was? So Kleinigkeiten von früher. So, und ich hab mir gedacht, ihr seid ja schon überall. Alles einig? Ja, einig sind wir uns schon. Aber klar ist noch nicht alles. Ja, was habt's denn überhaupt? Ist jemand gestorben? Im Gegenteil. Fang halt einmal an, du Feigling. Ich probier's nicht. Kecke? Ja? Ähm, schau mal an, ob... Was? Ob, ob... Ob meine Krawattl richtig sitzt. Gut, auch noch. Ja? Ja. Mary, schau mich einmal an, ob... Ja? Ob... Was? Ob ich noch keine grauen Haare habe. Also ich zieh noch keins. Kecke? Ja? Ich bin... Was bist? Ich bin... Ich bin so nervös, dass ich das gar nicht sagen kann. Mary? Ja? Ich bin... Ja? Ich bin... Was bist denn? Heut gar nicht gut benannt. Ich weiß nicht, was das ist. Vater? Ja? Schau mich einmal an. Ja? Vater? Ja? Ich bin dein rechtmäßiger Sohn. Ich bin deine rechtmäßige Tochter. Nur, das war eine schwere Geburt. Ja. Jetzt ist mir leichter. Vater, ich bin ja so stolz auf dich. Vater, aber ein bisschen mehr Schneid hätte ich dir schon zutraut. Ja? Ja. Das Kinderkriegen ist gar nicht so schwer. In dem Fall aber schon. Ja, boah, der Tschecki. Ja, sag mal, woher willst du denn ihr da schon? Dass unsere Väter mit Angst und Bang auf uns warten. Ja. Der Lenz hat uns am Bahnhof erwartet. Der Lenz. Und hat uns Tüpfel für Tüpfel... Und Tröpfel für Tröpfel beibraucht. Ja. 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 Na, Vater? Weisch? Ist er jetzt besser? So gut wie noch nie in meinem Leben. Und dir, Vater? Ja, ich kann mir vor wie eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat. Ja. Ja. Ist die Geburt schon vorüber? Ja. Ja, Lenz. Ja. Lenz, komm mal rein. Unsere Väter sind wohl, auf und gesund. Ja. Und wir zwei, wir holen jetzt unsere Mütter rumchecken. Ja. Lenz, du hast uns einen Grund. Das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Ja. Na, wie geht's euch denn? Na? Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das gemacht? Ich bin nach euch gegangen, da würden die Kinder vaterlos sterben. Was? Ja. Ja, ja. Was ist hat euch schon bedankt beim Lenz? Jawohl. Haben wir. Ja, schauen wir. Ja. Jetzt können wir Vater da fahren. Nein, nein. Jetzt hab ich alles schon von meiner Pferd. Ja. Jetzt reden wir erst mal über das Heiratsgutchen. Was? Ja, die Katja und ich, wir haben draußen uns überlegt, was wir da aufschreiben. Haben euch jedem eine Rechnung geschrieben und ihr hofft, ihr seid einverstanden. Jawohl. 20 Jahre Alimente pro Monat 50 Mark. 12.000 Mark. Schmerzensgeld und Wartegeld 3.000 Mark. Zusammen 15.000 Mark. Aha, das ist sozusagen eine Lustbarkeitssteuer nach. Wird genehmigt, wird genehmigt. Also dann, ich bedankt euch bei euren Vätern, bei den Zäunen. Aha. Wir haben die Kinder nur geliefert. Vater, ich dank dir schön. Bist ein großer Kavalier. Ja. Vater, ich dank dir auch recht schön. Ich bin stolz auf dich. Papa. Also, was ihr in der kürzen Zeit alles worden seid, ist nicht zu glauben. Schwager, Schwiegervater, Vater und Großvater. Also, mehr kann's von einem Menschen nicht verlangen. Kaum. Haha. Blitz! Was ist denn? Blitz, du bist ja. Stell dir vor, ich komm jetzt gerade vom Doktor. Und wenn nicht stimmt, was der gesagt hat, dann bist du in 8 Monaten Diplom-Schäber. Nein! Schlagnach muss, du din Spannack. Ich bekommt das. So Computer, ich denke mal vom休Н Bob-Schäber. Du bist wich knack hast. Vielen Dank. Vielen Dank.